Diese Folge von A wird Ihnen präsentiert von Urzeit. We put the Urzeit in Urzeitkrebse. Ich habe immer noch eine original eingeschweißte Ips-Ausgabe, als es vor einigen Jahren neu aufgelegt wurde, mit Urzeitkrebsen. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, das aufzumachen. Ja, in der heimlichen Hoffnung, dass es irgendwann mal 2 Millionen Euro wert ist, aber ich habe es... Ja, aber bei so einem Reboot ist doch nie... Nein, ist es auch nicht. Das ist ein bisschen wie bei das Ding, wo das Teil halt unterm Eis schlummert und dann irgendwann aufwacht. Ich wollte es besitzen, hauptsächlich. Und frisst dann alle auf. Ich wollte es besitzen. Disclaimer, ihr kommt garantiert nicht drauf. Ach, jetzt hör halt auf, ey. Dann gehe ich jetzt raus und lese die Hinweise vor und dann komme ich wieder an. Nein, aber wir haben uns doch mal darauf geeinigt, dass man es nicht kennen muss, aber dass wenn man jemanden hat, dessen Geschichte man unbedingt erzählen möchte, dass man das machen kann. Aber ich möchte... Also, ich finde, dass es wichtig ist, das vorher dazu zu sagen. Also, ich habe vorhin hier einen weggenommen. Ich finde es extrem frustrierend ansonsten. Und ich finde auch ehrlich, dass wir da eine Zweiklassengesellschaft einführen sollten. Und zwar wir, die wir wichtige Themen für uns selber und für unser Seelenheil kommunizieren wollen. Und andere Menschen, die einfach zu voraus waren, jemanden zu nehmen. Also. Hast du es selber geschrieben? Ja. Okay. Ich habe ein bisschen geweint, ehrlich gesagt. Aber Dominik, ich habe dir schon mal die Möglichkeit unterbreitet, dass du einfach mal quasi in meinen, 500 Meilen in meinen Stiefeln läufst und auch einfach mal eine normale Folge vorbereitest. Die Option... Ich muss mir noch Träume fürs Leben vor. Steht dir jederzeit offen. Erstens. Ich war seit frühester Kindheit ein ambitionierter Sportler. Ist es der Hund aus Air Bud? Wie viel deutlicher soll ich denn noch machen, dass mir das Thema sehr am Herzen liegt und du gefälligst keine Witze machen sollst? Also wir dürfen keine Witze machen. Wir können es aber auch nicht erraten. Natürlich soll ich dir Witze machen. Aber die Fresse halten es aber auch nicht. Nein. Vor allem das Beste ist, er zwinget mir zu. Wo ich mir denke so, dieser Gag kommt einfach nicht in einem nichtvisuellen Medium rüber. Das ist so geil. Einmal so voll toten Ernst. Einfach nur von oben herab belehren. Dann hast du diese Person zu kennen. Ich werde jetzt das als Herausforderung für mich annehmen, auf Wikipedia nebenher rauszufinden. Nein, du, das nicht. Der zweifache NBA... Pass auf, wir machen einen Deal. Ist doch Air Bud. Wir machen einen Deal. Ich rufe eine random Wikipedia-Seite auf und ich darf nicht tippen. Was soll das bringen? Wäre super krass, wenn das dann genau die Person... Ja, nein, aber ich darf mich durchklicken halt. Aber ich muss dann eine... Das ist ein erstaunlich geiles Spiel, das habe ich neulich mal gespielt. The Seven Degrees of Wikipedia. Ja, wie weit du brauchst, um auf Adolf Hitler zu kommen? Eigentlich nicht weit normalerweise. Zwei Monate mal. Ich habe hier einen... Wo ist denn hier ein random Artikel? Da zeige ich euch, wo es losgeht. Sehr geil. Also ich meine, du versaust jetzt gerade ein bisschen die emotionale Komponente, aber ich finde es auch ziemlich witzig. Ich habe mal einen Bot geschrieben, der sozusagen den kürzesten Weg immer ausrechnet, zwischen zwei Artikeln, die du eingeben kannst. Damit du diese Spiele sozusagen, damit du weißt, was sozusagen der Highscore wäre, der theoretisch mögliche... Es tut mir leid, wenn ich es jetzt lösen muss, aber es ist Richard Sparlinger. Richard Sparlinger. Ja, es ist ehemaliger Schweizer Freestyle-Skiläufer in der Disziplin Skikross. Okay. Also, der zweifache NBA-MVP Steve Nash drehte seinen ersten Film über mich. Warte mal, warte mal. Ist es der Hund aus Erdbad? Nein, es ist ein Mensch. Warte mal. War Basketball schon mal Olympisch? Ja, dann kann ich mal Olympische... Ach, Winterspiele ist blöd. Also du kannst jetzt nicht mit... Willst du das jetzt alles mitkommentieren? Also wenn ich es eh nicht erraten kann, dann... Okay, also fair enough. Dann machen wir das wirklich parallel, okay? Okay, ich bin jetzt schon bei Olympische Spiele, bin ich schon. Okay. Also ich sage... Also das läuft hier nicht so, wie ich mir das gedacht habe, weil es so wird garantiert niemand weinen am Schluss. Aber gut, Hauptsache ich habe geheult beim Schreiben. So, zweitens. Ich bin ein kanadischer Nationalheld. Jeder kennt mich. Überall im Land gibt es von mir Straßen, Statuen, Parks, Gebäude, you name it. Oh, warte mal. Aber Kanada muss ich doch hier irgendwo... Ich bin jetzt bei Olympische Spiele, Olympische Sportarten. Ist es der Hund aus Erdbad? Jetzt komme ich doch bestimmt hier entweder direkt zu Basketball oder zu... Oh, Basketball-Goldmedaille ist für die NBA-Stars. Ist es Wayne Gretzky? NBA-Stars. Was hast du gesagt in Kanada? Ich habe auch keine Ahnung. Ah, NBA-Stars? Aber du darfst pro Hinweis nur einmal, gell? Was? Okay. Also ich bin auf der Seite... Und bitte doof. Ich bin auf der Seite NBA. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich bin schon bei drei. Ich starb in Dominiks Geburtsjahr. Präsident Trudeau, Senior übrigens, nicht wie Junior jetzt der, der macht das, ließ die Fahnen im ganzen Land auf Halbmast wehen und sagte, It occurs very rarely in the life of a nation that the courageous spirit of one person unites all people in the celebration of his life and in the mourning of his death. He inspired us with the example of triumph of the human spirit over adversity. Das klingt jetzt schon, als wäre es ein sehr bekannter Basketballspieler. Ja, auf jeden Fall. Also für diejenigen, die kein Englisch können, der Präsident von Kanada war total begeistert von dem. Okay, jetzt habe ich den bei dem letzten Hinweis natürlich nicht. Das passiert jetzt natürlich, dass ich nicht aufgepasst habe. Jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen querlesen. NBA Coach of the Year war er nicht. NBA Executive of the Year, nee. Vorwürfe gegen die NBA. 50 greatest players in NBA history. Dominik, fährt der da rein? Also der Hinweis mit dem NBA-Spieler ist ja, dass der NBA-Spieler Steve Nash den Film über die Person gemacht hat. Ach so. Aber war der andere nicht auch? Nein. War ja nur ein Sportler. Ah. Dann schaue ich mal, ob Steve Nash einer der 50 großartigsten NBA-Spieler ist. Ich weiß es. Das ist übrigens eines meiner liebsten Bücher, das ich niemals hergeben will, was ich mir damals bestellt habe noch. Pro-Prä-Internet zum 50-jährigen Jubiläum der NBA. Und die NBA wird jetzt 75. Also typischer Fall von ich werde halt. Am 17. Juli 1981, nur 19 Tage nach meinem Tod, gab die Regierung von British Columbia einen 2600 Meter hohen Gipfel in den Rocky Mountains meinen Namen. Den ganzen Rest der Ehrung aufzuzählen dauert viel zu lange. Vielleicht eins noch. Meine Mutter war im Jahr 2010 eine von nur acht Kanadiern, die das Feuer bei der Öffnungsfeier der Olympischen Spiele tragen konnten. Ui, dann ist er ja wirklich früh gestorben. Ja. Puh. Ich muss jetzt hier gerade mal die Top 50 durchlesen. Oh, die Mutter hat unglaublich lang gelebt. Der ist da nicht dabei. Das ist jetzt natürlich blöd. Tja. Ich wüsste, wie ich jetzt weiterkomme auf der NBA-Seite. Ja, auf der bin ich ja schon lange. Ich bin ja schon eins weiter. Okay. Also. Moment, Moment, Moment. Du musst irgendwo hinklicken. Ja, ja, ich muss irgendwo hinklicken. Ich glaube, ich muss woanders hinklicken. Click auf random. Ich klicke nochmal auf random. Wenn der schon bei der NBA-Spieler jetzt nochmal auf random zurückgeht. So der ultimative Gamble. Ja, aber ich dachte, es ist kein NBA-Spieler. Das heißt, ich bin ja hier eh falsch. Also ich finde es unglaublich meta, dass meine Mutter mir zur Sekunde geschrieben hat, was ist an deinem Geburtstag? Was? Erzähl, wenn meine Mama gerade geschrieben hat. Ja, was ist an deinem Geburtstag? Dann hört ich live zu und denkt, was ist an deinem Geburtstag? Mutter, ich habe dir schon mal gesagt. Ich bin noch gar nicht eingeladen. Ich bin nicht bei meinen Frisuren ein und höre mir nicht beim Podcast ein live zu. So. Können wir jetzt bitte weitermachen? Ich muss mir noch hier irgendeinen Link schnell raus. Nee, nee, das funktioniert so nicht. Also Philipp, ein Zeitlimit bitte für den Kollegen Kraus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1, jetzt. Jetzt habe ich auf Basketball geht. Das war jetzt natürlich auch ein wenig doof. Alles gut, bis jetzt auf Basketball. 5. Ich bereitete mich 18 Monate auf das vor, was mich berühmt machen sollte. Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Oh! Ist es der Hund aus Herbert? Also der Gerke ist jetzt echt durch, okay? Ist es Maurice Fridcroft? Nein! Ich drücke jetzt mal auf Kanada. Okay. Also du bist auf Kanada. Sechstens. Sechstens. Mit knapp 19 Jahren wurde mein rechtes Bein aufgrund von Knochenkrebs 15 Zentimeter über dem Knie amputiert. Ab dieser Zeit nutzte ich eine Oberschenkelprothese zum Laufen. Oh Moment, ist es, ich weiß nicht wie er heißt, aber ist es dieser Typ, der so eine absurde Strecke gejoggt oder gegangen ist, um Aufmerksamkeit für, ich weiß nicht, Krebs oder für erkrankte Leute zu generieren? Also ich habe jetzt einen kurzen Moment lang echt Angst gehabt, dass du sagst, für er bat den Film zu erdrehen. Komm, solange zieht sich ein Gag nicht durch. Siebtens. Doch. Aber war das ein Name? Nein, ist das nicht der Fall? Doch, es ist der Fall. Ah, okay, aber ich weiß den Namen nicht, von daher. Möchtest du hier noch mitmachen? Nee, ich bin auch dabei. Wo hast du ihn geklickt? Ich bin noch nicht weiter rein. Weil ich habe, glaube ich, bei Wholesome Memes oder sowas auf Reddit irgendwann mal die Story über ihn gelesen und auch Statuen gesehen. Also die letzten drei lese ich vor, einfach aus der emotionalen Wirkung heraus. Na super. Du darfst jetzt drei Klicks machen, wenn du da nicht drauf bist. Oh Mann, ey. Dann lese ich den drauf. Die Kanada-Seite ist echt lang. Mit einem Kreisland, was einfach so viel erreicht hat und so viel zu bieten hat. Und unter Sport steht echt wenig. Ich glaube, ich muss auf die englische Seite. Das wäre vielleicht gar nicht doof. Ich lese bei den siebten Hinweis. Machen wir mal. Der bringt nämlich nicht viel. Das Leiden anderer Krebspatienten, denen ich im Krankenhaus begegnete, darunter viele Kinder, nahm ich zum Anlass, etwas Besonderes zu tun. Haben wir Kanada schon näher eingegrenzt, hier Provinzen? Ja, das ist ein Land, überhalb der Vereinigten Staaten Amerika. Ah, das hilft, danke. British Columbia. British Columbia. British Columbia kommt da her. British Columbia. Aber wie der Kollege Weismann schon gesagt hat, vielleicht ist er ein bisschen da wohnung gelaufen. Bevölkerung, offizielle Symbole. Da ist aber auch nichts mit hier irgendwie bekannte Gesichter. Gesichter. Philipp, du bist doch moralisch Integer. Nein. Doch. Okay, ich versuche mein Bestes. Du bist wirklich moralisch Integer. Ich habe ihm doch echt eine Chance gegeben, oder? Ja, aber er ist halt, also ich verstehe auch, was ihm passiert ist. Er ist halt in die Richtung davon galoppiert mit NBA-Spieler. Okay, gut. Achtens. Ich beschloss, quer durch Kanada zu laufen. Das wissen wir doch jetzt schon. Um Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Mein Ziel war es dabei, täglich 42 Kilometer die Strecke eines Marathons zu bewältigen. Diesen Lauf nannte ich den Marathon of Hope, den Marathon der Hoffnung. Darf ich mal kurz deine Aufmerksamkeit haben und rekapitulieren? Das ist echt schwierig. Nein, bitte jetzt. Ganz kurz, 42 Meilen waren es jetzt, ne? Nee, Kilometer. Kilometer, okay. Hast du realisiert, dass der sein Bein nicht hatte, das eine, dass der eine Prothese hatte? Ja. Und ist dir bewusst, welches Jahr das ist und wie Prothesen damals aussahen? Nein. Es ist das Jahr, gute Frage. 1981. Ach so, ja, doch, das weiß ich ja. Ja, der ist ja gestorben, 1980. Der Lauf war dann irgendwie, keine Ahnung, 1977 oder so. Und das ist halt alles noch sehr mechanisch. So, und das ist nowhere near, dass das irgendwie geil wäre. Aber war er auch schnell dabei oder ist er einfach nur gelaufen? Naja, du musst überlegen. Du arsch, echt? Wenn du so eine Wanderung machst und Richtung… Ich komme eh in die Hölle. Sowas wie Santiago de Compostela. Also wenn du da so deine… Ja, da kann man ja auf Jahre verteilt hinlaufen. Ja, aber das ist ja auch der Punkt sozusagen, sämtliche Leute, die sowas machen, empfehlen dir, am Tag nicht mehr als 20, maximal 30 Kilometer zu gehen. Weil? Du sonst einfach nach ein paar Tagen nicht mehr kannst. Und das mit zwei gesunden Beinen. Du sollst ja ganz langsam das Tempo und irgendwas rumsteigern. Und du hast zwei ganze heile Beine. Ja, ich möchte seine Leistung ja nicht schmälern. Aber sie wäre halt noch krasser, wenn er irgendwie das schnell geglauben wäre. Also kennt ihr in 500 Days of Summer gibt es eine der geilsten Montagen aller Zeiten, wie er sich vorstellt, dass er seine Freundin wieder zurückkriegt. Und du quasi in der einen Seite siehst du quasi, wie das, was sie sich vorgenommen hat, funktioniert. Und sie hat sich wieder durchs Haar streicht und sie hat sich halt umknutscht und so. Und das andere ist, wie es halt überhaupt nicht funktioniert und es halt in echt weiterläuft auf dieser Party. Ich liebe solche Collagen. Und ungefähr so ist es gerade, wenn ich mir gedacht habe, spätestens jetzt seid ihr schon total gerührt und in Wirklichkeit surft der Krausi-Boy hier jetzt schon die ganze Zeit weiter. Ist irgendwo auf der Wikipedia-Seite zu Sex in Kanada. Nein. Kommt gar kein Interesse hier. Moment, gibt es eine Wikipedia-Seite zu Sex in Kanada? Nein, aber eine zu Misscast Nuna Tacker. So, also Philipp, ab sofort erzähle ich nur noch dir, weil du hast nämlich eine Seele. Aber du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Nach 143 Tagen und 5.337 gelaufenen Kilometern waren meine Lungen so stark vom Krebs befallen, dass ich gezwungen war, meinen Lauf vorzeitig zu ändern. 143 Tage und über 5.300 Kilometer gelaufen quer durch Kanada. Ich starb wenige Monate später im Alter von nur 22 Jahren. So. Das ist Andreas Höppner. Viele Schuhe hatten dir durchgelaufen. Andreas Köpke, das steht hier nicht, aber tatsächlich, zehntens schon in meinem Sterbejahr gab es den ersten Benefizlauf in meinem Namen. Unterdessen gibt es ihn in über 60 Ländern und er hat schon über 750 Millionen kanadische Dollar für die Krebsforschung gesammelt. Es ist Emmi Türk. Auch nicht. Diese Zufallsfunktion bei Wikipedia kann es auch echt in die Tonne drehen. Von, die liefern mir das, was ich will, sind irgendwas zufällig ist. Was soll denn das? So. Hinweis Nummer 11 ist Fuck Cancer und mein Name ist Terry Fox. Ach so. Also nicht Kiesi Elmer. Ja, also sorry, wenn eine Episode anfängt mit, das werde ich dir nie erraten, dann… Wenn eine Episode anfängt mit, das werde ich dir nie erraten, aber es ist mir unglaublich wichtig, deswegen nimm's ernst. So weit habe ich nicht zugehört, das tut mir leid. Du Aschloch, ich hab dich trotzdem lieb. Da siehst du mal, wie es mir manchmal geht. Schön. So. Die Einladung steht übrigens, ne? Also du kannst auch mal das… Dass ich dich zum Geburtstag einladen darf. Auch das, ja. Ja, kannst du erst sehen, die Nummer von meiner Mama. Ach so, ich hab gedacht, zum gemeinsamen Air Bud gucken. Den hab ich nie gesehen tatsächlich. Air Bud, das sind doch diese Kopfhörer, oder? Nein, Air Bud. Nein, also wenn Tiere Basketball spielen, dann schau ich Space Jam. Aber hallo. Ja, wir stiegen nirgends im Regelwerk drin, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, der in der Basketball spielt. Good fight, good night. Macht's gut, liebe Leute. Ich kann nicht so einfach, sich auf Wikipedia so weiterzuklicken. Ich hab gedacht, das geht leichter. Man fragt mal die Leute von entbehrlichem Stickern nicht damit. Ja, das Schwierige ist, dass man auch gleichzeitig dabei zuhören muss. Und das ist nicht so meine, das ist nicht meine beste Disziplin. Jürgen hört nicht zu, der redet die Bühne. Was soll ich denn jetzt meiner Mama antworten, was an meinem Geburtstag ist? Frag halt mal, was sie plant. Die Welt feiert, dass sie ein weiteres Jahr mit dir bestehen darf. Also wir überlegen jetzt mal kurz, was wir, das dümmstmögliche, was mir meiner Mutter jetzt antworten kann. Können wir das, also wenn jetzt schon keine Emotionen in Sachen, ähm, sagen wir einfach, Mama, ich bring Corona mit. Wow, Leute, ey. Da hinten steht noch ein Eimer, hab ich gesehen. Ja, stimmt, diese Corona, oh Gott, der Corona-Eimer. Oh Mann. AirBud läuft im Fernsehen. Ich bin ja schon mal stolz auf sie, dass sie ein Foto von sich selber im WhatsApp hat. Das ist schon mal echt. Sie benutzt WhatsApp, sie benutzt ein Handy, das ist doch alles schon mega. Was war nochmal der genaue, der genaue Wortlaute Nachricht? Was ist an deinem Geburtstag? Kein Hallo, keine Einladung, keine schönen Grüße. Sowas wie Dienstag. Aber es ist Teil einer längeren, äh, es ist Teil einer längeren Konversation. Nein, aber diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich, ähm, speziell Verabschiedungen, ähm, gerne auslasse. Ich werde, äh, zunehmend oft gerügt, äh, weil ich einfach aufhänge, zum Beispiel am Telefon, ohne Tschüss. Bist du auch jemand, der auf Partys, äh, einfach abhaut? Ich werde nie auf Partys gehen. Also dann, Schab, ähm, an meinem Geburtstag ist der, ähm, das müssen wir dann nachschauen, wie viel der Todestag von dem Japaner, der die zwei, äh, Atombomben überlebt hat. Oder? Das ist doch an deinem Geburtstag. Nein. War das doch irgendwas an deinem? Naja, die Atombomben ist halt abgeworfen worden am 6. August. Naja, das ist ja quasi sein Geburtstag. Das ist nicht sein Geburtstag. Naja, da wurde er mehr oder weniger wiedergeboren im metaphysischen Sinn. Okay. Dass er die zweite Atombombe abgekriegt hat? Im Nucular-medizinischen Sinn. Mhm. Er hat es doch ja überlebt. Nucular. Das Wort heißt Nucular. Na dann, gute Nacht. Es läuft die Folge immer noch. Das ist ja, das hat, das... Das hat immer wieder gar nicht geklappt. Jürgen, also das mit dem Showmanship üben wir noch. Das, äh, das brauche ich nicht mehr üben. Bei mir ist schon, bei mir ist schon zu spät. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.